Musik 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 Mr. Gale, ich bin Chad Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit weiter Reise nach Kürat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre küratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kürat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kürat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Eiswürr-Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Kein Pass. Atme. Lass mich reden. Passport. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Passt, was ist los? Passt, was ist los? Da, nicht mehr. Alles mit. Passt nicht, was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Zahle! Komm weg! Weh! Komm weg! Sock uns! Wie ist der Gott? Scheiße. Scheiße. Ticho! 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 Auf den Boden legen! Bleibt ungesund. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich. Es geht nicht aus der Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle? Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Jab, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Ach, es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... ...jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich. Vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine Plus Eins. Starker Stellertyp. Sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles... ...ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Und sie ist ja scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment. Ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen. Should I stay or should I go?